herzlich willkommen hier auf unserem channel project im a gaming ich bin art und wir werden heute eine runde godlike burger stehen also im prinzip ist es so eine simulation wo man kunden burger servieren darf je nachdem was sie haben wollen das ganze ist im weltraum schon mal ganz toll und der twist an der ganzen sache ist dass die beste zutat wo die kunden selbst sind das heißt ja wir werden halt frisch fleisch aus unseren kunden machen ja wer möchte das nicht das heißt wir hüpfen jetzt hier mal direkt einfach rein das tutorial war schon mal gespielt ich glaube das ist der erste planet auf dem wir sind sieht aus wie ein müllhaufen ist es auch okay dann scheinen wir zu sein ja das habe ich nur ein bein wieso wird mir dann ein fotoalbum sieht so aus sagen gute zeiten damals also soll das sein ich war clown okay und chemiker was auch immer ich war und obdachlos war ich auch okay ich war alles war eine schöne zeit baby fotos gibt es auch ich habe damals das kind von burger gemacht das ist ja eine story was immer ein schöner aussicht so würde ich auch gerne haben best ran da ist wieder der bürger also die 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 mutter oder die oma hat bürger gemacht okay und tomate und sind sehr schön und zwiebeln zwiebeln dürfen auf gar keinen fall das hat die den für behaarte hände egal und da ist der bürger fertig so was will sie so was soll das denn okay an herz o gott closed scheinbar habe ich immer noch die schlüssel klaus cooking box vino vintage war so meine immer noch aber ich scheine entschlossen zu sein so die übergeben sich ja das sieht nicht so aus als könnte ich kommen wir werfen ich mit tomaten was soll das dann sein so ich bin das oder was bin ich hier so eine art medium wenn ich nicht bürger oder tod bürger ja ja sehr schön freut mich so exit das war jetzt der intro dann können wir ja jetzt anfangen das kippt pausse geben ja okay okay er sitzt gerade möchte und tomaten da ist wie viel erwarten möchte dann gehen wir jemals zum kühlschrank alles im kühlschrank davon ausgegangen dass es der kühlschrank ist nehmen wir das fleisch mit los raw meat was sagt okay das hat die über ober gucken größtenteils das muss dann scheinbar hier da wurde feil ist alles da wird das warm gehalten los oh no the table modus hat in brook sehr schön einfach dem wien hat die einfach immer dem monitor schlagen wird irgendwas nicht funktioniert wir haben jetzt unseren ersten kunden wohl glücklich gemacht aber man kann auch die zeit beschleunigt kann ich noch langsam annehmen möchte jetzt natürlich die zeit beschleunigen und ich gucke hier beim essen zu die bürger ist ja größer als dass sie aber erst begeistert sehr schön kappt open guidebook so was haben wir denn da contains information about each customer species okay dass uns scheinbar so rattenwesen ist immer ratten du nicht neben kerzen so die am zähne eine ratten schwanz und okay health number of health points kammer damage tipps you can add marks and meet types a customer would like to eat up to four different different type of damage source traps activities okay ja bin ich so die geben gar nicht so viel trinkgeld machen aber auch nicht viel schaden und die 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 scheinen oder die essen sich selbst hat und ja keine ahnung die scheinen gerne zu sitzen klaus ok ich bin mir klemmon test war das möchte der kunde gerne da geht jetzt ok 50 prozent rabatt mein prestige Ok, new wave for each planet doing something smoking dancing ordering but choose activities with random but each race has its own preferences ah perfect moment to kill let's wait until okay dann warten wir mal hier wollen wir gucken was sie hier wollen die ganzen ratten der freeloader hier waren außer customers das not even order anything just watching a strip show wie habe ich denn hier in einem burger laden ist das ist die strip show einfach so eine schaufensterpuppe an einer stange sehr gut ich mache auch meine eigenen strip laden auf ok ok ah der wird jetzt ok er geht jetzt nach hause der total unglücklich so und die anderen möchten ab bürger ok was mit irgendeiner soße ok also ich kann einfach irgendeine soße einpacken das ist ja super so jetzt haben wir das fleisch und dann grillen wir das fleisch mal so der unzufriedene kunde geht jetzt auch verlieren prestige gehört habe aber das war wieder auf 0 sehr gut aber ein glücklich gemacht der andere ist direkt abgehauen so ok was möchte der erste denn haben fleisch so so und eine tomate klaus dann machen wir das jetzt einfach mal f ok dann machen wir den anderen der möchte eine soße und käse haben ok klaus die grüne soße würde ich doch nicht essen vor allem ist hier ketchup und sepp auf den tisch bürger und bürger sosa eaten ich kann mal ok 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 kann der wird jetzt eine rauchen gehen ok wir werden jetzt unseren ersten hallo okay ich bin auch so ich bin jetzt im blut okay das ist nicht so gut das stimmt ja mit traurig und haut ab und was macht er informiert die polizei jawohl sowie sowie bei gta habe ich jetzt hier um polizei aufmerksamkeit zu level 1 bei 5 kommen die panzer das ist ein anderer der ist jetzt aggressiv geworden diese alien ok la 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 ist die danger danger so er ruft die polizei an was passiert jetzt die polizei am max ok direkt auf 5 ok auch die gremlin sind die polizei geschäft finde ich nicht gut was and after das ganze fleisch geld prestige und quest progress ist weg ok nein das wollen wir nicht okay dann muss ich jetzt eher die schmeine spuren verschleiern das hört sich doch gut an erst mal den korps remover ok also wird nicht direkt ein kotelett sondern kommt erst mal den mietprozessor also die landen dann in der fridge ok dann wollen wir uns mal warten jason war stich also in order to kill the customer it's better to use traps aha zack bang congrats you have completed your first day aha 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 oh wir haben sogar ein keller so wird soll mir das sagen wir haben drei gerichte gemacht ok 44 was 44 44 besucher was bedeutet das denn da vier besucher vier tote vier tote hatten wir nicht nur zwei getötet ich schwöre wir haben 160 und 40 trinkgeld bekommen ok und wir haben ein bill bekommen ok miete wasser strom gas gott rank b wieso nur b ich hab doch alles richtig macht egal continue sollte beim keller jeder evil master meint muss den keller haben natürlich die zeit so auch versuchen kann kein kostenpapier computer computer wir können bei im video schwarzer bann avocadobahn eigentlich alle kaufen hat er jetzt nichts gesagt davon was gibt es da noch kitchen assurance breakdowns ok prozessor nirgendwann warten sie länger 2000 stoff timer auto switch auf es tun dass mieter ist ja gut was kann der chef medikit extra hell mein gott ist alles so teuer also man kann sich ja alle informationen über die einzelnen rassen holen sold out was wieso kann ich denn kein nikotin rezept machen nächste customer ja ist egal ich habe jetzt mal kein geld was ist das ihr könnt fallen der list of tasks planen ok riva don ja da bin ich glaube ich gerade ich muss 200 dollar haben und 500 christi ok don't ließe kitchen von one day kill ten customers aus der tarad race ja das kriegen wir wohl hin oder mit er kann ich mir das noch mal anschauen okay also about each of the planets you can visit and also will need to have a certain amount of prestige why even by the another panel yes there are several reason our plans have different inhabitants was levels operating okay you are here habe ich doch jetzt also ich habe die quest completed okay was ist incomplete okay close was gibt es hier bezahle ich die doch jetzt einfach mal habe ich jetzt kann ich eh nicht mehr fliegen so f okay aber alles noch gesperrt noch oder ich hab dein geld ich weiß es nicht okay hier kann ich fallen kaufen und das gibt es hier im freezer room blender mixer also ich hab also das nikotin ding habe ich schon kann ich da mehr los ansonsten starten über das was ist hier drin los ist das mein kühlschrank was macht das ding restart current session nein wieso blutet der los wieso blutet der safe ist ja auch egal so f new day ja da wollen wir mal einen neuen tag antun zeitlich passt das noch ganz gut vorwort immer noch mit planeten mit rattenwesen okay da hat er diesen cube gefunden satan pilz auf dem kopf ich denn so komisch exit okay day one ja das ist jetzt unser erster tag bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt so bedeutet was bedeutet das lg direkt auf toilette oder was soll das heißen wenn man direkt auf toilette geht dann würde ich doch sagen ich besorge mir doch einfach mal direkt die erste portion fleisch der nächste der obsolete geht das ist ja hervorragend weise im mixer ich habe nur ein mixer okay die warten jetzt darauf dass sie nahe und dann auch gott so hallo liebe kunden bestellt doch was er hat was bestellt sehr gut habe ich dann irgendwie fleisch habe ich fleisch ja einmal fleisch los wenn er nicht alle ach Gott der ding ist kaputt gegangen so einfach treten einer geht jetzt schon einer rauchen wir haben doch noch niemals eine soße da drinne so wollen wir mal die erste bestellung er will hätte tomaten close und jetzt weiter will einfach nur ein der nächste möchte fleisch auch kaputt hier gibt irgendwie alles los er möchte so haben habe ich so einmal die rauchsoße okay wenn er rauchen geht dann kann ich ihn ja abknallen so wie sie zeitlich aus gut sieht es aus so wartet er immer noch nicht den habe ich doch schon bedient oder den habe ich schon bedient ja das heißt einmal und eine soße brauche ich los und nummer vier will einfach nur eine tomate los er möchte es nicht kalt haben so wie bei mcdonalds meine güte so was ist es denn jetzt er hatte jetzt auch was nummer sechs möchte einfach nur fleisch zweimal fleisch und er holt sich sein bürger als jetzt meine güte eine zockt so ok er möchte nur brötchen haben alles klar und der zweite möchte gerne und zwiebeln haben alles klar klaus kann er alles haben so die frage wenn der da jetzt besitze robt besitze stand wurde denn hier ein kunde alles kaputt so noch mal zwei bürger so leute dass ist denn der gleich ist fertig so was würde ich denn habe brauche ich eine tomate brauche ich und ich habe ein problem ich habe keine so sondern so aber da ist jetzt auch paulette da ist er wird so so gemacht welcher ist das der da oben er kommt direkt in den fleisch sehr zufrieden mit meinem service hier so wie es sein soll so was macht er jetzt noch so setzt er sich jetzt dahin also die sitzen wirklich sehr gerne und sagen wir jetzt bei mario pflanze so was haben wir denn jetzt kennengelernt noch gar nicht mehr ist gerne hier das und gerne solche nette auch in den fleischwolf packen passend dass ich continue was bedeutet das denn jetzt egal das heißt ich hole jetzt erstmal noch mal drei tomaten mal zumindest alles nachzustellen los so dann wollen wir mal unsere rechnung bezahlen los und wir brauchen soße brauchen war brav ganz zweimal soße kraft und liebste kitchen for one day okay dann bleibe ich jetzt einfach mal in der küche den ganzen die ganze zeit in der küche ich meine vier von den tag hat haben wir schon gekillt wobei wir werden jetzt wahrscheinlich kämpfen ich werde jetzt nämlich einfach scheinbar ich werde jetzt an dieser stelle aufhören ich hoffe ich hatte ein bisschen spaß mit dem game also für zwischendurch finde ich das ganz gut ob es jetzt für längerfristig reicht bei sie noch nicht also diese twist dass man seine kunden filetieren kann ist ja ganz witzig bleibt dann jetzt natürlich abzuwarten ob das langfristig auch in der spiel motivation bleibt aber gerne kommentare hinterlassen was ihr davon haltet und ich würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet und uns ein like hinterlassen